ich stehe direkt drauf die hat aber was an ich habe schon viele schlüsse verbraucht wenn ich jetzt hier hingehe was ist da oben das scheint irgendwo da oben zu sein der hat auch noch was an und wieder runter gefallen wie komme ich da hoch also wie komme ich da ran hier ist ein zugang zum dach da kommt man aber nicht hin das sind lauter kleine Wege das ist total irritierend hier da oben ist es da hat man noch eine treppe nach oben darauf kommt doch absolut keiner dass man da den Weg gehen muss das ist wie warf bei der einen Insel mit den ganzen Caravans das ist ein Massaker hier ne lass ich mal noch eine tote noch ein Toten noch ein Toten sind hier alle tot hier geht es nur weiter doch sagen geht es auch die schmerzen Wo ist denn mein Typ schon wieder? Ist er gar nicht mit reingekommen? Ist er wohl gar nicht mit reingekommen oder? Ist er gar nicht mit reingekommen? Dann gehe ich noch mal raus hier nach Himmelsrand und warte mal, ob der... Frag mich da mal, ob der... Da bist du ja. Warum bist du nicht da drin? Ich könnte echt eine Hilfe gebrauchen. Abgespeichert. Der Freak kommt aber nicht mit rein. So. So, die kriegen wir auch noch Platz. Hm. Zu früh gefreut, ich gehe noch mal raus. Ja, du solltest mit reingekommen. Ich warte jetzt bis mein Maler wieder voll ist. Dann gehe ich wieder rein und dann... Ja, wenn der schon nicht mithilft, dann muss mein... Feuerarsch mithilfen. Wo ist er denn? So. Oh, danke. Und speichern. Das war aber auch schon heftig mit dem einen jetzt. Ja, das ist das Problem, wenn der eine nicht mit reinkommt, dann ist man alleine. Dann muss man nicht einen Zauber anwenden. Nö, 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 jetzt nicht. Aber hier ist noch was. So. Hilf mir mal. So. Ja, ich habe noch mehr hier da. Von denen. Kannst aber irgendwie... Wäre schön. Ach ja. Warte mal, ich muss noch nach Himmelsrand raus. Kann ich mal kurz ein bisschen aufladen? Was? Ja, mitkommen. Ich warte lieber. Das war gerade ein bisschen krass. Ähm. Also hier oben darf man auf jeden Fall nicht Wind nicht sein. Nein. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Hallo. So, ich beeile mich mal ganz schnell. Ja. So kann man durch Wegrennen auch gewinnen. Okay, da bleibt da. Dankeschön. Jeder, das Wasser verdient. Jetzt dürfte ich endlich mal weiter gehen. Heilung ist soweit. Mana auch. Die zwei Freaks sind weg. Gut. Oh, oh. Wieder zwei. Wieder zwei. Wieder zwei. Wieder zwei.